Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Irene Wendland, unabhängige Stampin' Up! Demonstratorin. Mittlerweile haben wir Oktober und es sind eigentlich fast nur noch so sechs Wochen bis zur Vorwahrnachtszeit. Das heißt, es wird Zeit sich mal Gedanken um den Adventskalender zu machen. Ich habe mir mal überlegt, wir haben so ganz viele tolle Verpackungsstandsformen im Katalog. Ich zeige dir heute und in den nächsten Videos mal, was man damit so machen kann, um vielleicht einen Adventskalender selber zu basteln. Heute gibt es die Leckereienbox. Das ist eine Sinlitzform, die wird durch die Big Shot gekurbelt mit diesem Sandwich. Und so sieht das dann aus. Wenn du das abnimmst, dann erkennst du schon die Grundform der Box. Das wird zweimal gemacht und dann werden die beiden Teile zusammengeklebt. Ich knicke jetzt alles, bevor ich das zusammenklebe. Wenn du das vor dem zusammenkleben knickst, dann geht es einfach leichter später. Hier ist mein zweites Teil. Hier sind Klebelaschen und auf diese Klebelaschen klebe ich jetzt mit meinem Mähzweck Flüssigkleber eine kleine Klebespur auf. Du könntest auch jeden anderen sehr stark klebenden Kleber nehmen, unser Abreißklebeband oder so. Also das ist wirklich, wirklich Kleber, ist wirklich eine Geschmackssache. Da gibt es kein richtig und kein falsch und jeder hat halt eine andere Vorliebe. Bei Adventskalendern geht es ja eigentlich wirklich um Großproduktion. Also man braucht ja praktisch immer 24 Behältnisse. Und wenn du mehrere machen möchtest, dann brauchst du ja zum Beispiel zwei, dreimal jeweils 24. Da bietet es sich wirklich an, auf solch eine Stanzform zurückzugreifen. Die Box wird hier unten zusammengesteckt. Ich gehe immer nochmal mit ein ganz bisschen Kleber drunter, weil ich einfach sicher sein möchte, dass auch wenn ich etwas schwereres rein packe, dass die Box sich nicht plötzlich von alleine öffnet. Und jetzt siehst du schon, wie es aussieht. Verschlossen wird die Box mit einer Mini-Wäscheklammer. So kannst du sie ganz leicht befüllen und ja, später halt weiterverwenden. So, auf diese Box kommt jetzt Designerpapier, ca. 5 x 6 cm. Auch das wird mit dem Flüssigkleber aufgeklebt. Das kommt übrigens aus diesem Block, fröhliche Feiertage. Da sind ganz viele wunderschöne Designs drin und ganz viel Papier, sodass du wirklich ganz viele Adventskalender damit basteln kannst. Für die Zahlen habe ich das Stempelset Project Life verwendet, Tag für Tag. Da sind Zahlen drin und da habe ich mir die Zahlen von 1 bis 24 selber gestempelt. So, die unterlege ich noch mit einem goldenen Kreis. Und wenn du möchtest, kannst du noch weiter verzieren, z.B. mit dem Sternstanzer kannst du dir jetzt noch Sterne ausstanzen. Oder, wie ich das hier gemacht habe, aus einem anderen Weihnachtsset noch ein kleines Weihnachtsmotiv Stempeln ausstanzen. Also da ist ja wirklich, wir haben ja sehr, sehr viele schöne Weihnachtssets in diesem Jahr und da ist ja der Fantasie, sind da keine Grenzen gesetzt. Und du kannst es wirklich individuell dekorieren, wie du möchtest. Ich habe z.B. auch mal die Box noch in einer anderen Farbe ausgestanzt. In dem Gartengrün. Das sieht auch sehr schön aus. Ja, so kannst du, also bist du wirklich nach Herzenslust, kannst du hier dekorieren, basteln, dich austoben, kreativ ausleben. Hier ist das blutrote Bommelband, das könntest du noch mal so drum legen, z.B. als Deko. Also da ist wirklich alles möglich. Ja, ich hoffe, mein Video hat dir gefallen. Es hat dir ein bisschen Spaß gemacht, schon mal meine ersten Adventskalender-Aktivitäten anzuschauen. Wenn du Lust hast, bastel sie einfach nach. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir vielleicht einen Daumen hoch gibst oder sogar nach meinem Kanal abonnierst.